Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Hallo, hallo. Lars Sebastian, diese Woche war wieder vollgepackt mit neuen Rekorden. Der DAX knackt die 18.000 Marke, Bitcoin über 70.000 Dollar. Und Zalando, mein Highflyer-Tipp für den DAX, ja, auch um 15 Prozent zugelegt, Leute. Also zur Erinnerung, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir haben vor ein paar Episoden, haben wir gewettet eigentlich? Also wir haben einen Tipp abgegeben, jeder von uns hat einen Tipp abgegeben, welche DAX-Aktie bis Ende des Jahres am besten performt. Und ich glaube, Sebastian, das war Bayer, oder? Genau, als Außenseiterwette. Als Außenseiterwette. Ich habe Zalando ebenfalls als so ein Turnaround-Zock da reingeworfen. Nur Lars war seriös, hat sich für die SAP entschieden. Aber aktuell ist sowas von seriös. Aber abgerechnet wird am Jahresende, hatten wir uns damals geeinigt. Ja, 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 aber jetzt, wo ich natürlich irgendwie so ein bisschen Momentum habe, müssen wir natürlich mal über den Preis reden, also den der Sieger bekommt. Also ich bin ja bescheiden und gebe mich mit einer Monatsrente von 10.000 Euro lebenslang zufrieden. Ich wollte dir eine Kaffeetasse schenken mit meinem Konterfeier aufgedruckt. Oh ja, das ist natürlich schwer. 10.000 Euro Monatsrente oder eine Kaffeetasse mit deinem Konterfeier, das ist... Na gut, Spöke ist beiseite, gehen wir in die Themen rein, die wir heute behandeln. Wir sprechen heute über den Aktienmarkt und die Frage, ist die Rallye noch gesund? Wir sprechen über eine möglicherweise kommende Trump-Rallye, ja. Dann, das nächste Thema ist der Douglas-IPO. Da ist die Frage, binken da möglicherweise schöne Zeichnungsgewinne? Dann hat Sebastian einen Indikator mitgebracht, der möglicherweise eine richtig große Warnung für uns bedeutet. Was da genau hinter steckt, wird er uns nachher verraten. Wir sprechen über die Hörerfrage, in welchen Emerging Markets außer China wittern wir aktuell große Chancen? Dann habe ich ein Thema mitgebracht, die Grünen wieder, also sorry Leute, ich bin hier, ich etabliere mich immer mehr sozusagen als großer grünen Kritiker. Ich bin da gar nicht, ich habe gar nicht so eine krasse Anti-Haltung, aber in letzter Zeit, naja, egal. Also die Grünen wollen nämlich ein Verbot für Finanzwährung für Influencer durchdrücken. Und dann sprechen wir noch über den Nikkei, den hat Lars mitgebracht und da ist jetzt die schöne Frage, by the dip, möglicherweise. Und fangen wir jetzt an mit dem ersten Thema, die Aktienrallye, die jetzt stattgefunden hat. Leute, ich frage euch ganz offen, ist das noch gesund oder wird es gefährlich? Also du musst ja eigentlich festlegen, über welche Aktien sprechen wir. Wenn wir jetzt mal, ich könnte mir denken, du meinst die amerikanischen Aktien. Bin ich da auf dem richtigen Dampfer? Ja, ich finde alle Indizes sind ja zuletzt wirklich sehr, sehr solide, mehr als solide sogar gelaufen. Und ja, aber im Wesentlichen die amerikanischen Indizes, genau. Also ich muss sagen, in den USA, wenn du mal den Gesamtmarkt dir anguckst, also den S&P, dann hätte der S&P, wenn du mal die Übertreibungswerte rausnimmst von 2000, sogar noch 20 Prozent im gesamten Platz, bis er überhaupt wieder an die 2000er KGV-Werte rankommt. Und dann müssen wir natürlich sehen, wenn du den S&P mal zerlegst in seine Kleinteile, dann sind natürlich die großen Tech-Werte schon etwas ambitioniert bewertet. Aber der Gesamtmarkt, also 490 andere Aktien, sind immer noch relativ günstig. Und wenn du dann nochmal so die Studien anguckst, Bank of America und was es da alles gibt, so Nebenwerte, Value-Aktien mit Dividenden, das ist alles irgendwie nichts, was in den letzten Monaten gefragt war. Also ich muss sagen, ich kann gut verstehen, dass die Rally läuft. Und ich kann auch gut verstehen, wenn die noch weitergeht, weil es immer noch viele Wander gibt, die skeptisch sind, ob der Performance am Aktienmarkt. Und solange genug Leute wandern, muss ich sagen, fühle ich mich ziemlich wohl. Und das ziemlich, das fange ich dann gerne nochmal ein, wenn ich über den Indikator spreche, der ein bisschen mehr Sorgen bereitet. Aber insgesamt ist die Rally, ich meine, Ray Dalio hat gesagt, es sieht sich ein bisschen schaumig an. Also es gibt Wandsignale, aber es gibt noch keine Extreme-Euphorie und Übertreibung, dass du jetzt sagen könntest, ja, 30, 40, 50 Prozent Korrektur stehen jetzt in Kürze an. Also solange Leute wie ich daherkommen mit der Frage, ist das gesund, und ist es noch gesund? Ist es gesund, solange ist es gesund. Okay. Lars, du wolltest ansetzen. Ja, also dann ersparen wir uns die Schleife um die Werte und Indizes, die ja überhaupt nicht gut gelaufen sind. Im Übrigen auch in den USA gibt es einige Sektoren, die jetzt gerade erst so ein bisschen mit anziehen. Aber wenn wir über die Werte sprechen, die in den letzten Monaten schon sehr gut gelaufen sind, selbst dann würde ich sagen, das ist noch keine Blasenbildung. Halbleiter war schon sehr steil, Cyber Security war auch relativ steil. Die Magnificent Seven gibt es auch nicht mehr. Ja, in der Magnificent Seven ist eine Aktie, die Alphabet, die ist ungefähr so gut gelaufen wie der Nasdaq 100. Apple ist schwächer gelaufen, Tesla ist viel, viel schwächer gelaufen. Also selbst da ist es keine allgemeine Euphorie. Und das ist für mich genau das Stichwort. Ja, die Kurse sind deutlich gestiegen. Allerdings eine Blase endet normalerweise in heilloser Euphorie. Und das ist meines Erachtens noch nicht der Fall. Das heißt also, selbst in den Indizes, die gut gelaufen sind, ist die Korrektur, die sich jetzt gestern und heute, ja ganz passend zu unserem Aufnahmetermin am Freitag zumindest mal angedeutet hat, das ist meines Erachtens eine Kaufenswerte. Und von daher, nö, einzelne Werte sicher. Aber als Ganzes betrachte ich den Markt hier nicht in einer euphorischen Phase. Okay, darf ich das nochmal ein bisschen herausfordern? Weil ich sehe euch jetzt relativ entspannt, finde ich sehr positiv. Aber wir haben ja trotzdem die Situation, dass sich die Zinssenkungserwartungen eigentlich in relativ kurzer Zeit mehr als halbiert haben. Ja, also klar, die Zinssenkungen kommen, der Markt preist es ein, sie kommen möglicherweise ein bisschen später und sie kommen möglicherweise nicht so schnell. Aber wir haben trotzdem auch irgendwie eine komische Situation, zum Beispiel bei den Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen, dass die von Januar 2024, also Januar dieses Jahr, von 3,8 Prozent auf, wo sind sie jetzt? 4,3 Prozent, also 0,5 Prozentpunkte nach oben. Und gleichzeitig ist der Markt aber auch, also der S&P, um 7,8 Prozent irgendwie gestiegen. Ist das nicht ein bisschen strange? Ja, du gibst dir doch die Antwort selber. Also wir sind auf einem Zinsniveau in den USA von 5 Prozent oder höher als 5 Prozent im Leitzins. Wir hatten Anfang des Jahres, nach dieser legendären Notenbank-Sitzung im Dezember, wo die Notenbank in den USA so drei, vier Zinssenkungen angekündigt hat, hatten wir eine Erwartung von 7 Zinssenkungen, 8 Zinssenkungen. Das wurde halbiert und die Märkte sind weiter gelaufen. Also das zeugt von einer extremen inneren Stärke, von einer extremen Dynamik. Auch wenn du auf die Geldmarktfonds mal guckst, da sind immer noch über 6 Billionen Dollar allein in den USA geparkt. Also Geld, welches jetzt dann unter Druck kommt, wenn die Zinsen fallen, dass mehr verdient werden muss, was in die Aktienmärkte reingeht, gemäß Buy the Dip, das heißt, da werden Rücksetzer gekauft. Also was passiert auf einem Zinsniveau von 5 Prozent im Leitzins, was aktuell passiert? Was passiert erst, wenn wir 3 Prozent haben? Also da ist Kaufdruck dahinter. Das schließt jetzt nicht aus, dass wir eine Korrektur mal sehen können, das würde ich sogar begrüßen. Aber da ist Momentum dahinter, hinter der Rallye. Lars, würdest du auch... Ja, also ich schaue mir halt immer die Liquidität an. Die Liquidität ist nach wie vor positiv. Ja, die kommt ja nicht nur von der FED, die kommt ja insbesondere auch aus dem Finanzministerium. Und da ist immer noch ein Überschuss an Liquidität, die derzeit in den Markt reinfließt. Und am Ende des Tages ist aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, das kann so ein Damoklesschwert geben, werden theoretisch, der Markt schaut schon jetzt durch die langsameren Zinssenkungen hindurch, sollte das Thema aus irgendwelchen Gründen, ja, das wäre vermutlich ein Ereignis, was wir jetzt noch nicht kennen, ad acta gelegt werden mit den Zinssenkungen, dann könnte das den Markt als Ganzes durchaus belasten. Aber da ich prinzipiell mir ja eher Sektoren und Branchen anschaue und den Markt einfach nur als Stimmungsgeber, muss ich sagen, es gibt halt andere Sektoren, wie zum Beispiel die Commodities, die jetzt in den letzten sieben Tagen, in den letzten fünf Handelstagen zum ersten Mal eine Reaktion gezeigt haben, wobei man auch sagen muss, die Industriemetalle selber haben eine Reaktion gezeigt. Die Rohstoffaktien sind da noch nicht mitgelaufen, mal abgesehen von Kupfer und Silber, die haben sich ganz gut entwickelt, aber die, ja, es zwingt dich ja niemand, den Markt immer als Ganzes zu betrachten. Für einen ETF-Anleger ist das sicherlich eine Frage, aber seien wir mal ganz ehrlich, der klassische ETF-Anleger, der steigt ja nicht ein, nimmt 20 Prozent mit, verkauft dann wieder, um eine Korrektur von 10 Prozent auszusetzen. Also der macht sich diese Gedanken wahrscheinlich gar nicht. Und wer nicht nur ETF-Anleger ist, ja, dem steht ja eine wunderbare große Welt offen, der muss ja nicht nur Halbleiter-Aktien kaufen. Ja, das ist richtig. Welche Branchen sind denn die ganz großen Gewinner von diesem möglicherweise kommenden Zinssenkungszyklus? Wer ist da wirklich attraktiv? Also auf jeden Fall würde ich sagen, die Immobilien. Also da gibt es ja dieses wunderbare Mantra in den USA, survive till 25. Also überlebe bis 2025, weil dann die Zinsen runtergehen und da denke ich, ist einiges an Erholungspotenzial vorhanden. Aber ich bin auch der Auffassung, dass wir eine Sektorrotation sehen werden in nächster Zeit. Also es gibt viele Sektoren, die extrem unbeliebt waren. Also Versorger sind nicht richtig gelaufen. Lars hat gesagt, im Rohstoffbereich ist auch nicht so viel zu holen gewesen. Also wenn die großen Tech-Werte, und da bin ich bei dir, die sind schon ambitioniert bewertet, aber die sind nicht wie im Jahr 2000 ohne Gewinne, sondern die haben vielleicht große Schuhe an, aber warte mal ein, zwei Jahre, wenn da dieses Wachstum halbwegs anhält, dann wachsen diese Schuhe rein. Aber wenn da die Performance jetzt mal ein bisschen nachlässt, von diesen spektakulären Renditen, die wir bei einer Nvidia und anderen gesehen haben, dann werden Anleger auch wieder andere Sektoren entdecken, die brutal billig sind. Und gar nicht mal zu reden von europäischen Aktien, die sind ja total unterbewertet verglichen mit USA. Haben aber, muss man auch fairerweise sagen, natürlich, die EZB hat jüngst gesagt, für dieses Jahr 0,6% Wirtschaftswachstum in der Eurozone. In USA, wenn wir mal auf den GDP-Now-Indikator gucken, der Fed von Atlanta 2,5%. Also die USA stehen einfach bombastisch wirtschaftlich da. Und solange sich daran nichts ändert, und die Aussicht besteht auf ein paar Zinssenkungen, wird dieser Aktienmarkt weiterlaufen. Und solange Leute, wie du sagst, Timo, besorgt sind, dass es da eine Konjunktur geben könnte, wird es an dieser bekannten Wall of Worry, dieser Mauer der Beunruhigung, werden die Aktienkürse weiter nach oben klettert. Okay. Ich fände es ja ganz gut, ehrlicherweise. Also ich bin ja voll eigentlich, das ist jetzt blöd zu sagen, weil ihr habt so viel ausgeführt. Und jetzt zu sagen, ja, ich bin eigentlich voll in eurem Camp, ist natürlich irgendwie ein bisschen, ihr mutet jetzt vielleicht ein bisschen billig an. Aber insgesamt bin ich ja auch bullish. Ich mache mir halt immer nur Sorgen, wenn das irgendwie zu, nicht zu schnell, also ich finde das ja noch nicht mal impulsartig gerade, also dass das jetzt irgendwie zu rasant vonstatten geht, also jetzt nur auf Indize-Ebene, also nur auf Index-Ebene. Sondern ich mache mir Sorgen dann, wenn da halt überhaupt kein Runen sozusagen reinkommt und wenn jeder kleine Dip irgendwie auch schon wieder aufgekauft wird. Also was ich mir wünschen würde, klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen strange, ist halt ja noch nicht mal die Korrektur, Sebastian, die du angesprochen hast, sondern halt einfach nur, dass das mal da vielleicht ein paar Wochen irgendwie so wirklich konsolidiert in so einem Korridor hin und her schwankt, aber auf relativ hohem Niveau. Das fände ich gerade ganz gut. Und warte einfach noch ein paar Wochen. Dieses Jahr wird es ziemlich genau entsprechend der Saisonalität, die wahrscheinlich am häufigsten besprochen ist, also sell in May and go away, dieses Jahr wird es so kommen. Das heißt also, ich glaube, wir sehen noch einen ziemlich starken April. Und dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir auch mal ein paar Monate etwas schwächer sehen, bevor es dann Richtung Wahlen und Ende des Sommers nochmal richtig durchstartet. So einfach ist das. Was macht dich da so sicher, Lars? Ich weiß das einfach. Und dann denke ich, das ist auch wichtig, wenn ich das erzähle. Was willst du dagegen sagen? Ja, was will man da jetzt noch sagen? Mein Schwiegervater in Spieß sagt immer, ich weiß, dass es stimmt, weil ich weiß es von mir. Ja, das ist auch gut. Sehr gut. Ein weiser Mann. Ein weiser Mann. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ähm. Na gut, ja, dann lassen wir das einfach so stehen. Es wird so kommen. Und ja, Sebastian, dann verrate uns du doch auch jetzt an dieser Stelle, kommt die Trump-Rally? Also jetzt ist natürlich nicht so irgendwie mit, ja, möglicherweise und vielleicht, sondern jetzt musst du einen raushauen. Ja, ich würde es euch ja gerne verraten. Also ich bin ja dann nicht so in dieser Altersweisheit wie Lars, sondern es ist eher eine Frage, die ich mitgebracht habe an euch. Also wir hatten ja 2016 diese große Trump-Rally gesehen. Wir haben jetzt jüngst diese Woche gesehen, dass Trump die notwendigen Delegiertenstimmen gesammelt hat. Das heißt, er wird mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit von nahe zu 100 Prozent im Sommer als Präsidentschaftskandidat der Republikaner nominiert werden. Das heißt, er wird gegen Joe Biden antreten. Auch eventuelle Gerichtsverfahren, die gegen ihn laufen, ist nichts mehr groß zu erwarten vor den Wahlen. Das heißt, Trump ist da jetzt nicht mehr aufzuhalten. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob sich die Geschichte von 2016 wiederholen wird und ob gewisse Werte laufen werden. Und ich muss sagen, wenn der Trump-Rally kommt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ein marktbreiter S&P, also nicht nach Marktkapitalisierung gewichtet, sondern einfach gleichgewichtet, dass der besser laufen könnte, weil Trump ist ja nicht der allergrößte Fan der Tech-Werte. Und wir haben ja auch bei der letzten Rally gesehen, dass er den Gesamtmarkt angeschoben hat. Also das ist das, was ich vorhin auch gesagt hatte. Es gab viele Sektoren und es gibt viele Sektoren, die nicht sonderlich beliebt waren in letzter Zeit. Das könnte durch eine Trump-Rally sich ändern, dass wirklich der gleichgewichtete S&P mal aufholt und diese Unterbewertung, die wir da in vielen Sektoren und bei vielen Aktien haben, einfach durch eine potenzielle Trump-Rally aufgelöst wird. Also das ist so ein Gedankenspiel, was ich momentan habe, was ich einfach mal euch mitbringen wollte, um mal eure Meinung zu hören. Aber Sebastian, war das nicht 2016 so, dass die Kurse gestiegen sind in der Erwartung, weil Trump ja damals angekündigt hat, ich mache ein großes Deregulierungsprogramm und das hat die Wall Street dann damals gefeiert. Richtig. Jetzt gibt es halt so Maßnahmen, die er plant, die irgendwie in meinen Augen zumindest so ein bisschen gegensätzlicher Natur sind. Also er will die Körperschaftssteuer senken. Das hat er damals auch angekündigt, aber von relativ hohem Niveau. Ich glaube, damals waren es noch wirklich über 30 Prozent. Wollte er halbieren, hat es dann auf 21 Prozent gesenkt und jetzt will er es halt auf 15 Prozent senken. Dann die Strafzölle, das ist ja auch wieder ein großes Thema irgendwie für alle Güter, die eingeführt werden und 10 Prozent einfach mal pauschal on top. Und er würde ja auch den Inflation Reduction Act beschneiden. Und insofern finde ich das, also ja klar, die Körperschaftssteuer runter, das wird natürlich, also da gibt es mit Sicherheit Applaus, aber ob es für diese Aufhebung der Maßnahmen vom Inflation Reduction Act, ob es da auch so viel Marktapplaus gibt, da bin ich mir nicht so sicher. Du musst sehen, beim Inflation Reduction Act ist ja Trump nicht der größte Fan der ganzen grünen Förderungen und Emissionen. Also gerade Unternehmen wie Tesla dürfte da über die Klinge springen. Aber er wird sicherlich nicht alles zurückdrehen. Also ich hatte neulich einen guten Kommentar zu Trump gelesen, der geschrieben hat, zwar auf Bloomberg, glaube ich, Trump ist wütend, aber er ist nicht dumm. Das heißt, dieser Inflation Reduction Act von Biden kommt eigentlich primär vielen republikanischen Staaten zugute. Und da jetzt wirklich das Momentum rauszunehmen, ist vielleicht nicht seine cleverste Entscheidung. Und man muss auch sagen, und da hast du einen richtig guten Punkt, Timo, damals konnte Trump noch was machen 2016. Jetzt die Schulden der USA sind bei fast 34 Billionen. Das heißt, fiskalpolitisch sind ihm irgendwo sicherlich die Hände gebunden. Aber ob das den Markt jetzt schon interessiert, oder ob man nicht weiß, du sagst, 2016 hatten wir eine Rallye durch Trump. Die wird jetzt vielleicht ein bisschen antizipiert, je stärker die Chancen wachsen, dass er gewinnen könnte. Ob es dann weitergeht unter seiner Ägide mit guten Aktienkursen, das wird sich zeigen. Aber dass wir so eine gewisse 1, 2, 3 Monatsrallye sehen in diesem Jahr, das könnte ich mir gut vorstellen. Und dass da eben auch dann die Boote gehoben werden, die halt bisher nicht sonderlich interessant waren. Also man muss bei Trump natürlich auch immer ein bisschen rausfiltern. Er macht ja ganz bewusst immer eine Black-and-White-Strategie. In diesem Fall nicht bezogen auf die Hautfarbe, sondern bezogen darauf, man muss es sofort verstehen. Und deswegen lässt er auch an allem, was Joe Biden macht, ja nie etwas Gutes. Also selbst wenn Joe Biden jetzt sagen würde, im Monument Valley sollen nur noch republikanische Präsidenten zu sehen sein, oder wir stellen nur noch Statuen von sowieso auf, dann würde er trotzdem sagen, das ist der, der Sleepy Joe hat keine Ahnung. Und deswegen glaube ich zum Beispiel, den Inflation Reduction Act hätte er ein wenig angepasst. Das entspräche durchaus seinem Stil, denn das war in ziemlich großem Umfang. Aber er kommt eben von der falschen Partei. Und deswegen, wenn wir das alles filtern, ich glaube, es gibt einige Punkte, die er schlicht und einfach so nicht umsetzen wird und die er jetzt nur im Wahlkampf verwendet. Was ich mir aber vorstellen könnte, ist natürlich, dass die Börse diese Signalwirkung vorweg nimmt. Ich bin mir recht sicher, entweder, wobei Umfragen heute nicht mehr die gleiche Qualität haben, die sie vielleicht früher mal hatten, also in dem Moment, wo man sicher sagen kann, Trump wird der nächste Präsident, glaube ich schon, dass der Bereich Green, nicht unbedingt Clean, aber Green Energy, dass der darunter leiden könnte, er hat ziemlich deutlich gemacht, dass er die heimische Energiewirtschaft in Form von Öl und Gas eher supporten wird. Und dass die Finanzindustrie unter ihm leid, ist es auch eher unwahrscheinlich. Ich glaube aber auch zum Beispiel nicht, dass Tech-Aktien so groß jetzt unter Druck geraten, denn er ist kein Freund von Regulierung. Und letztlich ist Regulierung wahrscheinlich auch das größte Damoklesschwert für die super, mega, large Techs. Ich glaube also, das werden wahrscheinlich keine Bereiche sein, die da so unter Druck geraten. Und wir dürfen auch nicht vergessen, die Trump-Rally ist natürlich auch entstanden nach einem beinahe Trump-Crash, weil der Markt dachte, oh mein Gott, was, jetzt kommt der, der ist ja völlig unberechenbar. Und innerhalb kürzester Zeit hat man sich dann besonnen und gesagt, na ja gut, was kann er schon kaputt machen? Und dann hat er zumindest mal für die Wall Street relativ wenig kaputt gemacht. Die Vorzeichen sind diesmal andere. Und ich glaube auch, wie Sebastian es schon gesagt hat, der Handlungsspielraum ist diesmal deutlich geringer. Aber der Unsicherheitsfaktor bleibt, keine Frage. Doch eine witzige Beobachtung ist eigentlich, dass während der Trump-Amtszeit der Global Clean Energy ETF um 200 Prozent zugelegt hat und während Bidens Amtszeit sind jetzt Ölwerte eigentlich wieder ganz solide gelaufen. Also jetzt nicht bombastisch oder explodiert, aber en gros kann man das schon irgendwie so sagen. Also insofern... Schau dir Smith & Wesson an, den Waffenhersteller. Lief unter Trump schlecht, unter Biden gut. Also man kann nicht, in den USA sind es ja die blauen und roten Aktien. Das hat in den letzten Jahren nicht funktioniert. Also deswegen diese Trump-Rally eher in Antizipation, dass Trump dereguliert und einfach die Schatulle aufmacht, kann ich mir vorstellen. Aber jetzt zu sagen, welche Sektoren laufen. Du hast es perfekt gesagt, Timo. Das war eine komplett gegenteilige Welt, die wir da in den letzten acht Jahren hatten. Also Big Oil lief unter Biden, hätte kein Mensch wahrscheinlich gedacht. Und Clean Energy lief unter Trump, hätte auch keiner gedacht. Also gutes Beispiel dafür, dass es hinterher komplett anders kommen kann, als vorher gedacht. Was man, denke ich, einigermaßen sicher sagen kann, wobei ich die pauschalen 10 Prozent, da wird ihm wahrscheinlich schon ein Berater noch erklären, was das für die USA auch bedeuten würde. Denn diesmal ist die ganze Welt darauf vorbereitet. Und die EU hat ja schon jetzt angedeutet, dass sie dementsprechend reagieren würden. Das wäre für die USA in einigen Bereichen geradezu fatal, insbesondere im Automobilsektor. Da sind die amerikanischen Hersteller meines Erachtens nicht so kompetitiv. Aber der Trend zum Nearshoring, also zum Beispiel Mexiko, der könnte sicherlich, ich glaube allerdings, dass jetzt zum Teil vielleicht schon die Erwartungshaltung mit drin ist. Also der Trend wird sicher, dieser Mehrprotektionismus, das werden wir unter Trump ziemlich sicher erleben. Wobei wir auch wissen, wenn der Handel gut genug ist, dann macht er ihn auch. Absolut. Aber da muss ich noch sagen, Lars, da muss ich dir leicht widersprechen. Nur weil die EU sich positioniert, davor hat Trump und haben die Amerikaner keine Angst. Also ich denke, die machen oder Trump macht, was sie wollen. Diese 10 Prozent Zölle, und da kommen wir dann noch darauf, wenn wir über Märkte außerhalb China sprechen, die da interessant sind. Und du hast gesagt, Mexiko ist da ein interessanter Kandidat, kann aber auch dafür sorgen, dass diese Zölle brutale Investitionen in die USA erfolgen oder zu Nachsicht ziehen. Weil die USA seit langem ja wieder mal eine Industriepolitik richtig fahren mit dem Inflation Reduction Act und versuchen, Zukunftsindustrien anzuziehen. Also was jetzt so komisch klingt, so ein Trumpsches Abenteuer mit 10 Prozent Steuern, vielleicht ist es irgendwann in der Retrospektive mal ein unglaublicher Wandel in der amerikanischen Industriepolitik gewesen, dass viele Unternehmen dort investieren. Aber sind wir ehrlich, wenn Trump gewinnt, wird es für Europa richtig dunkel. Uh, okay. We have a headline. Auf jeden Fall. Kannst du als Short rausschneiden. Ja, sehr gut. Dann ist natürlich jetzt die große Frage, wie entwickelt sich die Douglas-Aktie unter einem Präsident Trump? Genau, das ist die logische Überleitung. Riecht es nach Gewinnen. Also ich habe die Nummer mitgenommen, weil mir meine Broker sehr präsent. Wahrscheinlich freuen die sich einfach, dass es mal wieder ein IPO gibt. Ja, die Börse läuft seit langer Zeit recht gut, aber die richtige IPO-Welle haben wir noch nicht gesehen. Vielleicht auch ein Anzeichen dafür, dass wir in der Bubble noch nicht angekommen sind. Und Douglas, ja, wir erinnern uns, die waren schon mal an der Börse. Das ist so klassisches Private Equity. Dann nimmst du sie von der Börse. Ich mutmaße jetzt einfach mal, der Fremdkapitalanteil in der Douglas AG dürfte sich wieder erhöht haben und dann bringt man den Laden wieder an die Börse. Wobei ich gar nichts gegen Douglas sagen will. Ich bin jetzt kein allzu regelmäßiger Konsument vor Ort oder online. Aber es geht mir nur um den Gedanken, zeichnen oder nicht. Und gerade wenn es so wenig IPOs gab, dann ist das natürlich irgendwie verlockend, da mal schnell was mitzunehmen. Und ich glaube, die allermeisten, die da drauf schauen, die überlegen nicht, ob sie langfristig in Douglas investiert sein sollten oder nicht. Obwohl die Margen in dem Geschäft sicherlich gut sind. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Man kann das nachschauen. Man muss da gar nicht so viel raten. Man kann zum Beispiel auf außerbörslichen Handelsplattformen wie Lang & Schwarz kann man sich den Pre-IPO-Handel ansehen. Das sind also ganz reelle Stücke. Wer will, könnte jetzt Douglas Aktien kaufen. Das ist dann auch wirklich, sofern der Börsengang nicht abgesagt wird, dann wird das rückabgewickelt. Aber ich meine, wann machen? Am 19. März. Das sollte wohl klappen bis dahin. Das Neuzeit ist der Zeichnung. Am 21. ist der erste Handelstag. Ja, danke. Danke euch. Genau. Und die aktuelle Spanne ist 26 bis 30 Euro. In der Regel ist es so, dass Pre-IPO die Aktie sehr oft, wenn es nicht zu einer totalen Enttäuschung kommt, weil natürlich auch jeder von den Konsortialführern und so weiter weiß, dass man darauf hinschauen kann als Indikation. Man erlebt ganz selten, dass Pre-IPO dann eine Aktie unter der IPO-Spanne handelt. Praktisch nie. Weil das kannst du mit, könntest du, ich will niemandem was unterstellen, mit relativ wenig Stücken beeinflussen, wie der Kurs da ist. Es ist also kein Zufall, dass die Aktie Pre-IPO mit 30 Euro derzeit gehandelt wird. Also am oberen Ende der Zeichnungsspanne. Und ich mache es kurz. Mein Fazit lautet, hier wird und winken keine großen Zeichnungsgewinne. Ich bin mir nicht mal sicher, wenn die Aktie am oberen Ende dann an den Markt kommen sollte. Es gab früher so ein bisschen wie so ein Ehrenversprechen, dass die Emissionsführer die Aktie einige Zeit dann dort halten. Selbst das hat bei den letzten IPOs oft nicht geklappt. Also ich glaube, A, keine Zeichnungsgewinne. Und ich glaube auch nicht, dass die Aktie, wenn sie dann mal an der Börse ist, direkt jetzt durch die Decke geht. Das erscheint mir sehr fraglich. Aber es ist natürlich nur, den Disclaimer seht ihr ja immer, nur mein Standpunkt. Bitte eine Meinung von vielen. Wie seht ihr es? Ich kann mich dir da anschließen. Also du musst ja gucken, warum geht Douglas überhaupt an die Börse? Weil sie Schulden abbauen wollen. Das heißt, sie holen Geld rein, um die drei Milliarden Schulden, also das viereinhalbfache des operativen Gewinns, ist aktuell die Verschuldung in Douglas, um die zu senken. Und sie gehen nicht an die Börse, um frisches Kapital zu holen und zu sagen, hey, wir haben eine geile Wachstumsstory und die wollen wir potenzieren und noch größer machen, sondern da sollen die Schulden runtergehen. Und wenn man mal bei Douglas über die Anleihen geht, dann ist Douglas aktuell als Ramsch-Kandidat eingestellt oder eingestuft von den großen Rating-Agenturen. Also von daher wäre jetzt für mich kein Kauf. Ja. Interessanter Punkt mit den Anleihen. Wie ist denn das mit anderen, die in dieser Peergroup sind? Weil die Aktien sind ja jetzt eigentlich nicht so schlecht gelaufen. So eine L'Oreal, die läuft glaube ich auch so ganz okay. Sind die auch dann quasi sippenhaft, alle sozusagen auf Ramsch-Niveau? Nee, ne? Nee, nee, nee. Also wenn man die vergleicht, dann ist es aus dem Sektor wirklich auch ein schwacher Kandidat. Und man darf wirklich nicht vergessen, das ist ein klassisches Spiel. Das ist natürlich erlaubt. Aber wenn man sagt, so Raubtierkapitalismus und Wall Street, in solchen Bereichen sieht man das sehr oft. Da wird also eine gesunde Firma von der Börse genommen und dieses Fremdkapital wird natürlich dann nicht ausschließlich genommen, um die Firma jetzt voranzubringen, zu machen wie man jetzt eine Douglas-Chat-GPT oder sonst irgendwas, sondern du hast ja die Möglichkeit, wenn dir die Firma gehört, kannst du selbstverständlich, so wie wenn dir ein Haus gehört, dann kannst du auch einen Kredit drauf aufnehmen. Und das macht Private Equity dann gerne und dann, sagt sich Private Equity, sehr überspitzt formuliert, jetzt sind das doch relativ viele Schulden, dann wollen wir nochmal frisches Kapital einsammeln mit einem neuen Börsengang. Das haben wir schon sehr häufig in der Vergangenheit gesehen. Ich finde das sehr unsexy, aber ja, es ist ein völlig legaler Vorgang, der häufig vorkommt, aber es ist ja völlig absolut freiwillig, ob man dann daran teilnehmen und sagt, mit meinem Kapital soll jetzt mal hier Schulden abgebaut werden. Und das ist halt nur durch Kapitalerhöhungen und IPOs möglich. Also wenn die Aktie anschließend steigt, das kommt dann dem Verkäufer der Aktie beziehungsweise dem Käufer zugute, da hat dann die Company ja nichts mehr von. Kurze Unterbrechung des Videos. Ich möchte euch auf was Wichtiges hinweisen. Kurze Einblendung. Da seht ihr, dass über die Hälfte derjenigen, die unseren Buy-the-Dip-Kanal ansehen, kein Abo auf YouTube haben. Und da möchte ich euch vor einem wichtigen, schwerwiegenden Fehler natürlich bewahren, denn von Zeit zu Zeit machen wir hier auch Live-Streams außerhalb der Reihe. Und da werden natürlich immer nur die informiert, die entsprechend auch ein Abo haben. Deswegen unbedingt Abo vom Kanal dalassen. Der Kanal wächst ja wunderbar. Da danke auch an alle, die das getan haben. Weil wer Abonnent ist, der ist dann auch beim nächsten Mal natürlich dabei, wenn wir hier live gehen und uns mal eine Stunde Zeit nehmen, um alle Fragen, die ihr so habt, zu beantworten. Schön. Also, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und dann geht es jetzt schon weiter. Lars, wo du das jetzt nochmal mit Private Equity anführst. Wir haben ja neulich, also wir haben schon häufiger über Bayer gesprochen. Und ich meine, in einer der ersten Sendungen, in der wir über Bayer gesprochen haben, hast du auch gesagt, also ab einem bestimmten Kurslevel könnte das tatsächlich auch interessant werden. Private Equity sozusagen könnte auf Bayer schauen. Jetzt mal ernsthaft, ist das wirklich ein Szenario, glaubst du? Nee, nee, ist es nicht mehr. Zu dem Zeitpunkt dachte ich, dass die Rücklagen, aus denen, die gebildet wurden, für die Prozesse, dass die ausreichen würden. Und da bin ich mir mittlerweile nicht mehr ganz so sicher. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, an Bayer ist zwar noch ein bisschen Fleisch dran, aber Bayer hat ja nicht ohne Grund seine Dividende jetzt auch gekürzt. Das heißt also, die Bilanz von Bayer ist sicherlich nicht mehr so weit auszudehnen, dass es jetzt für Private Equity interessant sein könnte. Was für einen aktivistischen Investor interessant sein könnte, ist, dass der Zeitplan von Bayer hinsichtlich der Aufspaltung, dass der vielleicht forciert vorangetrieben wird. Und man hat sich ja gerade dagegen entschieden, beziehungsweise der CEO hat gesagt, das ist jetzt nicht unsere Strategie. Der Gedanke ist wahrscheinlich, die Braut muss erst hübscher sein, bevor wir sie dann von uns abschneiden. Also ob es jetzt Crop ist oder was auch immer. Also Agrarsparte. Und das könnte natürlich ein aktivistischer Investor mit seinem Einstieg schon vorantreiben, dass er sagt, hey, das machen wir nicht mit Vision 226 oder 27, sondern das soll jetzt passieren. Ist aber nicht das Gleiche, weil am Ende des Tages natürlich der aktivistische Investor, damit er die Aktien hat, muss er auch Anteile kaufen. Ist wenig von zu sehen im Kurs, sagen wir es mal so. Sebastian, wann kaufst du endlich? Wann gehst du da mal groß rein und holst ja mal auf im Aufsichtsrat? Ich hatte es euch gesagt, Bayer ist, ich habe heute früh noch mal nachgeguckt, 50.000 Klagen sind noch anhängig. Und wie gesagt, zehn Stück davon zu zwei Milliarden irgendwie Zuspruch, die am Ende durchgehen und das Ding ist durch. Also das ist wie eine Option, so eine Bayer-Aktie. Kann man kaufen und sagen, okay, wenn die Kohle weg ist, ist sie weg. Vielleicht gibt es auch mal Staatshilfe oder nicht, aber das ist schon, Bayer ist ein heißes Eisen. Und jetzt wird ja sogar, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, im Vorstand von Bayer sogar überlegt, ob man den Texas Two-Step macht. Also das ist eine Art juristische Scharade, dass man einen gewissen Teil des Konzerns in Texas pleite gehen lässt oder Insolvenz anmeldet und über diesen die anderen Kläger zwingen kann zu einer Art Vergleich. Kann aber auch brutal schief gehen. Also Bayer ist höchst spekulativ, muss ich sagen. Da muss man wirklich wissen, was man macht und ein hohes Risiko eingehen. Jetzt sind wir von der Douglas ein bisschen weggekommen, aber ich glaube, viel mehr als das Fazit, was Lars vorhin schon gegeben hat, also quasi nicht so wirklich interessant, auch in puncto schneller Zeichnungsgewinn. Ja, ich glaube, viel mehr habe ich jetzt, ich, Sebastian, ich weiß nicht, wie du es siehst, auch nicht mehr dazu beizutragen. Deswegen, also, das ist doch gerne schon zu deinem nächsten Thema, weil da bin ich jetzt sehr gespannt. Also, welchen Indikator hast du uns mitgebracht und wovor warnt der genau? Ich habe euch einen meiner Lieblingsindikatoren mitgebracht, den VIX, auch WIX-Index, genau, das ist ein amerikanischer Volatilitätsindex, der die Optionen, die auf den S&P 500 gehandelt wird, also daraus ableitet, wie die erwartete Schwankungsbreite des Marktes in den nächsten Monaten ist. Und immer, wenn dieser Index relativ niedrig notiert, was er auch aktuell tut, dann ist das jetzt kein Timing-Indikator, dass man sagen kann, okay, in 20 Tagen kommt Konnektur XY, aber es ist ein großes Anzeichen dafür, dass wenig Versicherungen gekauft werden, dass wenige Optionen gerade gehandelt werden oder nicht zu großen Aufschlägen. Das heißt, die Anleger sind, hatten wir ja gerade besprochen, in einem ziemlich positiven Szenario momentan. Es gibt wenig Probleme, die da am Horizont sich auftun und das führt in Verbindung mit diesem Volatilitätsindex dazu, dass gerade in den USA Milliarden Dollar in ETFs reingehen, die auf weiterfallende Volatilitäten setzen. Und das ist natürlich ein weiteres Warnsignal zusammen mit einem niedrigen Volatilitätsindex, dass also dieses Goldlöckchen-Szenario stark gespielt wird und keiner einfach an Absicherungen denkt und sagt, ja, das geht einfach so weiter. Also wie gesagt, mir ist wichtig, das ist kein Timing-Indikator. Der kann auch noch länger unten bleiben und es können weitere Milliarden extra auf Produkte gesetzt werden, die auf weiterfallende Volatilitäten setzen. Aber es ist schon mal ein Warnhinweis, was man im Hinterkopf haben sollte, dass niedrige Werte provozieren, dass irgendwann höhere Werte, also eine Korrektur entsteht. Und das einfach, dass man sagt, okay, ich fahre jetzt vielleicht meine ETF-Sparpläne oder ich kaufe regelmäßig Aktien oder was auch immer, aber ich habe ein bisschen Pulver trocken für den Fall, dass hier wirklich sich die Kraft entfaltet und eine größere Korrektur kommt. Wir hatten das 2018 schon mal. Wer länger dabei ist, hat vielleicht mal den Begriff Volmargetton gehört, als also aus dem Volatilitätsmarkt ein Durchschlag kam in die Aktienmärkte. Dow Jones damals, wenn ich es noch richtig weiß, 1500 Punkte Intraday gefallen. Also kurzum, wenn da Bewegung reinkommt, dann kann es auch zu einem abrupten Rücksetzer an den Märkten kommen und wer da langfristig dann investieren will, für den ist das vielleicht eine gute Nachkaufgelegenheit. Für Trader natürlich sowieso, weil dann tut sich wieder was an den Märkten. Aber das war jetzt mal wichtig, da ein bisschen Bewusstsein zu schaffen, dass hier im Versicherungsmarkt für potenziell fallende Kursse momentan keiner groß aktiv ist. Das ist immer ein Warnsignal für mich. Ich habe mir diese Wohler Shorts auch angesehen, also fallende Volatilität und du hast recht, das sind momentan wahnsinnig viele Produkte und auch ein wahnsinnig hohes Volumen. Da könnte man natürlich auf der einen Seite argumentieren, okay, wenn das so viele machen, dann ist unten nicht mehr das gleiche unten wie früher. Also wenn man das vergleicht mit vorher, dass man sagt, das Niveau kann durchaus noch fallen, bevor es gefährlich wird. Von daher, was für mich fast interessanter ist, wenn die Korrektur mal kommt und wichtig ist, wir sprechen dann in der Regel nicht über so eine Korrektur, wie wir sie vielleicht jetzt sehen, also mal ein, zwei Tage Rücksetzer, vielleicht auch mal in einigen Sektoren, so ein bisschen, das sieht ja alles sehr geordnet aus. Wenn, dann könnte es extrem schnell gehen, weil natürlich, wenn man in so einem Wohler Squeeze drin ist, dann kann es also sein, dass wir vielleicht eine Korrektur sehen beziehungsweise dann eine Gegenbewegung. die vielleicht auch nur eine Woche andauert. Denn ich kann mir schon vorstellen, gerade einige sind da vielleicht über ETFs drin, andere sind da aber auch sicherlich in hochgehebelten Derivaten drin. Und was mir so ein bisschen einfällt, was man, du kannst dich sicher erinnern, Sebastian, wir haben vor Jahren, irgendwann wurde es dann langweilig, darüber zu sprechen, weil man sagt, naja gut, es passiert ja eh nichts, haben immer drüber gesprochen, welches explosive Potenzial ausgeht von diesem riesigen Carry Trade, Dollar gegen Yen. Also es sind gehebelte Milliarden und Billionen von Dollars da drin, die eben von dem Zinsunterschied, der lange Zeit, der immer noch da ist, aber lange Zeit sehr krass war, zwischen den USA und Japan, die davon profitieren. Da hat man immer gesagt, irgendwann löst sich dieses riesige Derivatemodell, muss ja mal implodieren. Das ist bis heute nicht passiert und ich bin mir sicher, wir haben darüber gesprochen, naja, eigentlich Ewigkeiten, also kurz nach der, so nach dem Finanzmarkt oder nach der Finanzkrise hat man darüber gesprochen, wo sind es denn noch potenziell Dinge, die schief gehen können. 15 Jahre später ist der immer noch nicht schief gegangen, was nicht heißt, dass das nicht noch passiert. Aber und so ein bisschen, denke ich, diese Wohler-Short-Wetten werden ja auch schon einige Zeit besprochen. Also ich glaube, was daraus hervorgeht, wenn die Korrektur kommt und vor allen Dingen unerwartet, vielleicht durch ein unerwartetes Ereignis, nicht dadurch, dass Unternehmen jetzt zu hoch bewertet sind oder unfair, dann kann ich mir vorstellen, geht es halt extrem schnell. Und das würde ich so als kleine Red Flag mitnehmen, dass man sich schon daran erinnert, dass die Börse theoretisch in zwei Richtungen laufen kann. Schön gesagt. Also Moment, da müssten ja die Preise jetzt gerade für, wenn du Long gehst auf Wohler, das müsste extrem niedrig sein. Richtig. Und du könntest, also du könntest dich jetzt gerade extrem günstig eindecken und wenn man davon ausgeht, also klar, das Schlechteste, was jetzt passieren kann, das läuft jetzt einfach nur weiter, dann bist du ganz schnell hinten. Und so ein Runen auf hohem Niveau wäre auch nicht gut, weil ja, da passiert ja im Wesentlichen nichts. Also da gibt es dann keine große Schwankungsbreite. Und das Szenario wäre, du wettest darauf, dass es wirklich zack, impulsartig, dann ein Stück. Also der Impuls kommt daraus, dass so viele Wohler Shorts sind. Du hast die Versicherung jetzt so billig, dass sie beinahe insofern attraktiv ist. Also die Kurse dürften dann auch, du hast ja auch immer noch den Preis, zu dem du dich dann am Ende des Tages dann versicherst. Das heißt also, die Kurse, sofern du nicht ganz out of the money bist mit deinen Puts, die dürften auch langsam fallen. Also eigentlich hast du ein ganz gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Schnell fallen, langsam fallen, Hauptsache es fällt oder irgendein Ereignis, was dafür sorgt, dass die Wohler steigt. Alles führt dazu, dass deine Optionen, nur da wirkt das ja, oder Optionsscheine, dass die dann im Wert steigen. Ja, und je kürzer die Laufzeit, desto explosiver die Entwicklung. Aber die Strategie wäre halt in den letzten, also schon sehr, sehr lange Zeit nicht aufgegangen. Aber wer sagt, man kann das ausrechnen im Übrigen. Ich habe das, glaube ich, in meinem Video gemacht, mit genau der Frage Depotversicherung. Sebastian nickt schon, der hat das garantiert auch schon wahrscheinlich irgendwo mal besprochen. Eine relativ leichte Anleitung, wenn du sagst, ich möchte mein Depot oder einen Teil meines Depots versichern. Die meisten Männer das dann wahrscheinlich mit Optionen scheinen machen. Optionen sind manchmal ein bisschen fairer gepreist. Dann kann man ganz genau ausrechnen, wie viel bräuchte ich denn für eine Vollkastro-Versicherung, für 50% Versicherung und ich möchte versichern bis. Das muss man immer sagen. Das dauerhaft machen zu lassen, das sorgt dafür, dass du hin und wieder kritischen Podcasts besprochen wirst. Dein V macht aber keine Performance. Also Dauerabsicherungen sind keine gute Idee. Aber wenn du jetzt sagst, bis Juni oder bis Oktober dieses Jahres, die gibt es gerade billig. Oder du machst halt da draußen eine Strategie. Also du hast nicht ein Portfolio, was du absicherst, sondern du machst es wie Taleb. Er ist ja da der Wegbereiter. Damals war es Empirica, glaube ich, sein Hedgefonds. Jetzt heißt er Universa oder andersrum. Die machen natürlich, oder die haben das Geschäftsmodell, dass die sagen, naja, große Gesellschaft, ich glaube, ab 100 Millionen Dollar kann man investieren, geben denen Geld und die kaufen kategorisch dann nur weit aus dem Geld liegende Optionen, also Put-Optionen auf den SOP, auf den Nasdaq oder auch Calls auf den VIX, also den Volatilitätsindex und sagen, pass mal auf, wir verlieren eigentlich immer Geld. Aber wenn es wirklich klappert, dann verdienen wir auch meist hundertfache vom Risiko und dann könnt ihr euch verlassen, dass unser Hedgefonds 18 bis 100 Prozent macht und das ist dann wieder eine Art Stoßdämpfer bei euch im Portfolio. Also das sind dann andere Strategien. Aber wenn du halt eine Vollabsicherung immer machst, dann... Timo überlegt schon, ob das nicht ein Geschäftsmodell ist, einfach zu sagen, hey Freunde, wir verlieren immer Geld. Aber vielleicht einmal auch nicht. Das ist doch, das ist alles der ewige Performance-Druck. Ich habe hier parallel auch schon mal ein bisschen getippert und Anmeldung bei der BaFin für ein Hedgefonds läuft jetzt. Sehr gut. Genau. Aber lass uns zum nächsten Thema übergehen, nämlich die Hörerfrage. Sebastian, traditionellerweise übergebe ich jetzt wieder an dich. Ich beginne. Genau, der Michael hat uns eine sehr gute Hörerfrage zugeschickt und er hat gesagt, welche Märkte, mal abgesehen von China, also welche aufstehenden Länder, damit sind gemeint Schwellenländer, welche Schwellenländer halten wir für interessant, mal abgesehen von China? Ich beginne gleich mal. Ihr wisst, und ich habe es schon gesagt, ich bin in China investiert. Ich halte China nach wie vor für sehr attraktiv. Aber wenn wir mal über den chinesischen Tellerrand blicken, Mexiko, sehr spannend. In den letzten drei Jahren hat der MSR Mexiko fast 100 Prozent gemacht. Mexiko ist ein ganz großer Nutznießer auch von einer Trumpschen Handelspolitik, weil chinesische Firmen massiv in Mexiko investieren, weil Mexiko über das zu Trumpschen Zeiten ausgehandelte nordamerikanische Handelsabkommen, also mit Kanada und Mexiko, da hat Trump dieses alte NAFTA-Abkommen ein bisschen aufgeschnürt, ein bisschen verbessert und dann wieder zugeschnürt. Da profitiert Mexiko und ist deswegen also interessant für chinesische Unternehmen, aber auch andere, die in Mexiko investieren, weil die Mexikaner oder Mexiko als Land in die USA entsprechend zu guten Konditionen rein exportieren können. Und mein zweiter Kandidat, den ich so auf der Watchlist habe, ist Indonesien. Auch großer Markt wachsend, stark wachsend, rohstoffreich, die Gesellschaft geht mehr in Richtung, dass eine Mittelschicht entsteht, dass mehr reiche Leute entstehen. Also Indonesien finde ich höchst spannend, beschäftige ich mich gerade und was ebenfalls interessant sein könnte, aber da habe ich meine Hausaufgaben noch nicht gemacht, Thailand scheint aktuell auch deutlich im Aufholen zu sein. Also das sind so meine Top-Favoriten außerhalb Chinas. Also ehrlicherweise für mich ist gerade in den Emerging Markets also nichts so wirklich spannend, ist auch komplett unterrepräsentiert bei mir im Portfolio. Also ich habe mal reingeschaut, also in meinem Aktienanteil, wenn man den mal aufschlüsselt, dann bin ich tatsächlich bei 95% Industrieländer und bei 5% Emerging Markets. Das läuft über einen Sparplan in einem Emerging Markets ETF und ich habe halt diese eine chinesische Einzelaktie. Und ehrlicherweise fühle ich mich damit gerade ganz okay. Ich will das nicht ausschließen, dass ich diesen Anteil nochmal erhöhe, wahrscheinlich potenziell auch nochmal erhöhen sollte, aber die Frage, wie und wo ich das machen würde, da bin ich aktuell noch nicht entschieden. Also tatsächlich beschäftige ich mich gerade so ein bisschen mit Indien. Sebastian, du hast das Stichwort Hausaufgaben genannt. Ich bin gerade sozusagen dabei, meine Hausaufgaben zu machen, jetzt aber eher in Richtung, wie sieht es dort eigentlich volkswirtschaftlich aus und noch nicht so detailliert mit dem Aktienmarkt. Also das wäre etwas, wo ich mir zumindest mal vorstellen könnte, im Satellitenportfolio mal über einen ETF in dem Falle wahrscheinlich auch, eine Beimischung zu machen, ist aber tatsächlich aktuell jetzt nicht konkret in der Planung und da muss ich einfach nochmal ein bisschen draufsatteln. Immerhin sind deine JD ja schön abgegangen, das ist ja schon mal sehr gute Zahlen geliefert, aber mit 5% Mark Faber wird dann natürlich schwierig. Da müssen wir nochmal dran arbeiten, wenn du den im Kanal haben willst. Wieso, was sagt der Mark Faber, wie viel muss man haben? Andersrum, der ist komplett in der Emerging Markets gut, also absolut. Rohstoffe, Emerging Markets, also all in Schwellenländer, würde ich sagen, bei Mark Faber. Das werde ich im Arklistisch verschweigen, wenn ich ihn anfrage. Das werde ich im Arklistisch verschweigen, wie meine Portfolioallokation ist. Ne, ja. Ja, also ich traue mich das jetzt wieder zu sagen, ja, ganz eitel könnte ich sagen, auf Ansage hat Indien dann auch mal korrigiert, also ist in den letzten Tagen deutlich unter Druck geraten. Wie weit die Korrektur noch reicht, Indien ist jetzt, weil die Kurse mal um 10% gefallen sind, nicht viel billiger, aber ich würde mal pauschal sagen, in Korrekturen bleibt Indien interessant. Und dann gibt es einen Markt, der, ja, es gab im letzten Jahr eine Auseinandersetzung oder eine kleine Diskussion, ob die jetzt ein Schwellenland sind oder nicht. Also in dem einen, im MSCI sind sie, glaube ich, immer, sind sie, glaube ich, kein Schwellenland mehr. Südkorea, davon spreche ich. Bei anderen noch, also wenn man nach Südkorea fährt, dann glaube ich, wenn man das so mit einigen Provinzen hier oder auch im mittleren Westen der USA vergleicht, dann sagt man, das ist aber schon frech, hier von einem Schwellenland zu sprechen. Also Südkorea ist ziemlich billig momentan, leidet ganz klar darunter, dass China der, mit Abstand, größte Handelspartner ist, hat aber einen sehr diversifizierten Index, wie ich finde. insofern, ihr habt ja schon andere spannende Märkte genannt. Ich würde mal Indien und Südkorea wirklich an der Grenze zum Schwellenland. Eigentlich ist der Begriff nicht mehr korrekt. Sie sind aber so günstig bewertet momentan wie ein Schwellenland. Von daher nehme ich mal die beiden. Schön. Haben wir die Hörerfrage gut beantwortet. Sehr gut. Dann komme ich jetzt mit meiner mit meiner Hörerfrage. Sollte man Finanzprodukte, nee, die Werbung für Finanzprodukte von Influencern, sollte man das verbieten? Ihr habt es auch wahrgenommen in dieser Woche, oder? Jetzt muss man natürlich erstmal sagen, hey, jetzt die drei Hansels hier im Podcast, jetzt reden die über etwas, was sie möglicherweise selber betrifft. Also jetzt ist natürlich erstmal die Fragestellung, wie klassifizieren wir uns eigentlich selbst? Sind wir Finanzinfluencer? Also ich würde mich da ehrlicherweise gar nicht so sehr als Influencer irgendwie sehen oder Finanzinfluencer, ich weiß nicht. Also ich würde mich eher als leidenschaftlicher Impulsgeber sehen, als Influencer. Also weil das, was ich mache, das gebe ich gerne einfach Ideen weiter und freue mich auch immer über die Zuschriften, wenn jemand davon profitiert. Also von daher, was in dieser Fragestellung ja das eigentlich Interessante ist bei der Diskussion, was ist Finanzprodukt? Weil in den Meldungen stehen, dass die Grünen ja auf EU-Ebene auch eine gemeinsame Regulierung wollen, des Verbots, es geht auch um Nahrungsmittel, dass also besonders zuckerhaltige Sachen nicht beworben werden dürfen, aber im Finanzbereich auch Finanzprodukte. Und da stellt sich mir die Frage, was ist das? Also wenn du mal die BaFin-Definition guckst, ein Finanzinstrument, das ist eine Aktie oder ein ETF beispielsweise. Aber was ist ein Finanzprodukt? Ist das Aktie, ETF? Ist das Coaching? Ist das ein Börsenbrief? Ist das ein Konto bei Scalable oder Trade Republic? Also ich finde, da wird es noch aktuell ein bisschen schwammig, was da genau gemeint ist. Oder hast du da mehr Infos, Timo? Nee, gar nicht. Ich finde es nämlich auch total problematisch, genau diese Abgrenzung zu machen. Also erstmal, was ist jetzt die allererste Abgrenzung? Was ist denn jetzt eigentlich ein Finanzinfluencer? Da fängt es ja jetzt schon mal an. Ist das möglicherweise, nicht die Finanzinfluencer sollen verboten werden, sondern dass Finanzinfluencer für Werbung für Finanzprodukte machen? Richtig, genau. Aber was ist denn jetzt, also sagen wir mal, du hättest jetzt schon gesagt, Werbung für eine Kontoeröffnung bei dem Neobroker oder sowas. Das wäre jetzt verboten. Aber für wen wäre das jetzt verboten? Also dürften dann Trade Republic, Scalable, falls sie das machen würden, jetzt auch keine Anzeigen mehr schalten, in einem Börsenmagazin? Weil warum ist ein Börsenmagazin denn kein Influencer? Also ich finde die, ich finde die Herangehensweise richtig, muss ich sagen, weil ich im Zweifel für den Verbraucherschutz bin. Die Definition, da gebe ich euch beiden recht, die ist furchtbar schwammig und mir ist es noch nicht gelungen, den konkreten Wortlaut. Ich befürchte, es ist mal wieder, wie so häufig, wenn es um solche Bereiche geht, nicht gut genug formuliert. Was dort in den Artikeln immer wieder benannt wird, ist, dass die BaFin das sowieso schon lange fordert. Und das stimmt so nicht. Am Ende des Tages soll es nur klar gekennzeichnet werden. Ich habe es einmal aufgenommen und genau das, was die BaFin sagt, würde ich so unterschreiben. Und wenn der Vorschlag oder der Vorstoß so gemeint ist, dann würde ich den zu 100 Prozent unterstützen. Die BaFin fordert also, Vorsicht ist oberstes Gebot in den sozialen Medien, da haben Sie ja recht. Prüfen Sie, mit wem Sie es zu tun haben. Das heißt also, du musst wissen, wo er herkommt und was seine Absichten sind. Lassen Sie sich nicht von scheinbar hohen Zustimmungswerten blenden, kann man auch unterschreiben, weil gerade auf einigen Plattformen ist das schon relativ krass. Von Null auf, was weiß ich, wie viele Follower. Machen Sie sich selbst ein vollständiges Bild von dem angepriesenen Investment. Ganz klar, lassen Sie sich nicht unter Zeitdruck setzen. Hinterfragen Sie die finanziellen Motive des Tippgebers. Seien Sie bei sehr hohen Gewinnversprechen besonders skeptisch. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie für Anlagetipps auf private Messenger-Dienste wechseln sollten. Informieren Sie sich über Betrugsmaschen und so weiter. Und das kann ich alles zu 100 Prozent unterschreiben. Und da glaube ich auch, dass du dann einfach wahrscheinlich wie in der, wie in dem, wie im Fernsehen mitarbeiten musst, dass du Werbung ganz klar kennzeichnest. Und für mich sind diese, sind auch Videos. Am Ende des Tages, wenn ich mich entscheiden müsste für mehr Regulierung oder weniger, dann würde ich sagen, lass die Leute ihre Meinung äußern. Und wenn jemand nur Bullish für irgendwas ist, dann ist das ja in Ordnung. Es gibt so viele Krypto-Videos, wo jemand wahrscheinlich in Krypto investiert ist, sich 100 Prozentig einseitig nur Bullish zu Bitcoin äußert. das ist natürlich nicht gut. Aber am Ende des Tages kann der da machen, was er will, genauso wie der TikToker das machen will, solange er dann nicht auf ein Produkt kommt und sagt, und deswegen kaufe jetzt meinen Krypto-Kurs oder sowas. Und das finde ich, also die Unterscheidung zwischen freier Meinungsäußerung und einem Produkt, die finde ich schon sehr wichtig. Aber die Kennzeichnungspflicht, die findet ja eigentlich statt. Also bei jedem Affiliate-Link, egal ob man das auf Instagram findet oder bei Finanztipp oder bei Finanzfluss, bei JustETF oder sonst wo, da sind diese Sternchen dran und da weiß dann jeder, okay, wenn ich jetzt hier über diesen Link ein Konto, ein Depot aufmache, dann klingelt es in der Kasse bei dem jeweiligen Medium. Und ich finde, dass das auch in diesen Instagram-Postings eigentlich mittlerweile recht gut stattfindet. Dieser Post wird gesponsort von XY und dann gibt es ein Karussell und dann wird nochmal drauf hingewiesen, dass du bei dem und dem Anbietern ein Depot aufmachen kannst und dass das gut ist und schalala. Und ja, ich meine, ich habe keine Deals, also insofern würde mich das jetzt gar nicht tangieren und deswegen habe ich auch überhaupt kein persönliches oder eigenes Interesse daran, jetzt zu sagen, okay, nee, das ist ein unlauterer Move oder der würde etwas einschränken, was im Zweifel schon wieder kontraproduktiv sein könnte für die deutsche Börsenkultur. Ich denke nur, dass es halt wirklich, dass diese Abgrenzung total schwierig ist, weil im Zweifel wäre das so, dass dann zum Beispiel auch seriöse Anbieter große Probleme bekommen könnten, weil deren Geschäftsmodell ja auch stark werbeabhängig ist und dann also aber die unseriösen Influencer möglicherweise davon kommen, weil die sitzen dann sowieso in Dubai und haben dann eine Maske auf und da muss ich ganz ehrlicherweise sagen, wer so bescheuert ist und auf so etwas reinfällt sozusagen, da habe ich dann auch kein Verständnis mehr für, weil man muss ja auch eine gewisse Eigenverantwortung für sich und für sein Geld dann einfach mitbringen und jemand, der eine Maske trägt und die irgendwie horrende Gewinnversprechen macht und so weiter und dann nachweislich offenbar sogar mit falschen Tatsachen Behauptungen wirbt. So, das ist ein riesiges Problem, das finde ich absolut nicht in Ordnung und das sollte auch unterbunden werden, aber da wird es dann wieder schwierig, weil die Unseriösen, die sitzen halt nicht hier in Deutschland wahrscheinlich. Und da muss ich sagen, also ich bin großer Fan, dass die Grünen das jetzt vorantreiben, muss sagen, ich habe da nur Angst vor einer Überregulierung, weil genau darum geht es ja, Timo, wenn du hier in Deutschland sitzt wie wir und du, ich plauder gerne mal aus dem Nähkästchen, also was ich in den Krypto-Boom-Zeiten an Zeug angeboten bekommen habe, über einen Kanal zu pushen mit sehr, sehr lukrativen Rechnungen, die ich da hätte stellen können, aber das mache ich nie, weil ich mir extrem bewusst bin um der Verantwortung, die ich hier habe und weil ich nur über Dinge spreche, wo ich selbst investiere und nachdem dieser Krypto-Scheiß weg war, kamen irgendwelche Schott-Immobilien aus Zypern, was mir angeboten wurde, zu vertreiben, also da muss man prüfen, aber das machst du auch nicht, wenn du hier in Deutschland sitzt, wenn du sagst, ich nehme das 100% ernst, ich stehe da dahinter, ich habe die Erfahrung und es geht genau um die, die dann aus dem Ausland reinfunken und da muss ich sagen, hat ja Frankreich ein sehr strenges Influencer-Gesetz mittlerweile auf den Weg gebracht, das heißt, wenn du in Frankreich Influencer bist, dann musst du natürlich eine Adresse haben, die dann auch entsprechend, wo juristische Post dir zugestellt werden kann, wenn du dann sagst, naja, ich bin aber super clever, ich hocke mich nach Dubai und sende da nach Frankreich rein, dann drehen die das um und sagen, wenn Unternehmen mit dir dann arbeiten in Dubai und du nicht in Frankreich haftbar bist, dann schicken wir alle Rechnungen und alle Klagen an dieses Unternehmen und dadurch überlegen sich natürlich Unternehmen zweimal, ob sie mit dir arbeiten oder nicht, also wie gesagt, es muss hier erstmal jetzt definiert werden, was sind Finanzprodukte, um was geht es da und im Kernhand reden wir wahrscheinlich über die Leute, die unseriös aus dem Ausland einfach irgendwelchen Scheiß verkaufen, aber auch da, Timo, muss man sagen, ja, ein guter Freund von mir sagt, jeder ist seines Glücks Metzger, also, wenn du halt, wenn du halt da wirklich irgend so vom Maskenmann irgend so einen Scheiß kaufst, wie weit kannst du dann beschützt werden, also, aber ich finde den Vorstoß gut, dass man da einen gewissen TÜV reinbringt oder eine gewisse Zertifizierung oder dass du in den Bereichen irgendwie ein gewisses Wissen nachweisen musst, was wir ja haben, aber es kann jeder ja ein Buch lesen und sagen, jetzt bin ich der große Filmfluencer, also, ich bin da gar nicht so anti, was die Grünen machen, ich beobachte das jetzt einfach mal, vielleicht geht es ja auch in die richtige Bahn, aber meine Befürchtung ist, dass es auf EU-Ebene eskaliert und dann wird richtig rein reguliert und am Ende gewinnt der, der in Dubai hockt und der, der in Deutschland das seriös macht und mit seinem Namen dahinter steht, der ist vielleicht dann der Gelackmeierter, aber so weit will ich jetzt nicht gehen, wie gesagt, wir sind ja noch in einem Planungsstadium. Ja, und wir dürfen eins nicht vergessen, ich stimme dem 100%ig so zu, also der Gedanke, der Grundgedanke, wie ich es in Frankreich gehandhabt habe, der ja übrigens auch bei allen Influencern, muss man auch dazu sagen, nicht nur bei den Finfluencern, den finde ich nicht so verkehrt, heute kann man sagen, naja, dann bist du ja auch ein Trottel und ob nun ein Typ mit einer Maske oder sonst irgendwie ist vielleicht für jemanden, der sich damit beschäftigt, noch ganz gut zu erkennen, aber überleg mal, wie viel besser das in den letzten Jahren geworden ist, allein diese Krypto-Betrugsmaschen, wie viel besser die geworden sind, wie viel schwerer zu identifizieren und wahrscheinlich wirst du denen in einigen Jahren nur noch oder noch in einem kürzeren Zeitrahmen aufgrund der Möglichkeiten mit AI überhaupt nur noch Herr werden, indem es wirklich ganz klar gekennzeichnet ist und wenn die Kennzeichnung fehlt, 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 ohne PF, dann, dann stimmt halt irgendwas nicht und ja, lass uns mal drauf schauen, verteufeln kann man es nicht, weil einfach zu viel Schaden angerichtet wird im Einzelnen, aber ja, die Befürchtungen sind groß, dass man hier wieder drei Schritte zu weit läuft. Du musst ja auch das Thema Identitäts-Team-Stahl ja noch reinbringen, also bevor ich meine Nebenerwerbs-Influencer-Karriere gestartet habe, dachte ich mir, Identitäts-Team-Stahl, da habe ich gar nichts damit zu tun, aber jetzt bin ich jeden Tag Opfer, also wie oft bei dir, Lars, Timo, bei dir bestimmt auch unter dem YouTube-Kanal stiehlt halt einer das Profilbild, schreibt rein, kauf den Kryptoscheiß oder wie viele Telegram-Gruppen unter meinem Namen oder Logohelle investiert gibt es, wo angebliche 30.000 Leute drin sind und wenn du da mal reingehst, dann kommt auch irgendein Kryptomüll, also da muss auch genau unterschieden werden, dass du halt wirklich nicht den seriösen Influencer triffst, sondern dass da Leute einfach mit Bots eine Marke nachbauen und damit versuchen zu betrügen, also das kommt ja dann auch noch dazu. Und du musst dann auf der anderen Seite, glaube ich, auch nochmal richtig angreifen, also im positiven Sinne angreifen und zwar in puncto Medienkompetenz, dass da halt die Leute auch ein gutes Gespür dafür bekommen, was ist real, was ist wahr, was ist seriös, was ist fundiert und genau, dass da halt irgendeine WhatsApp-Gruppe wo dir dann angeblich irgendwelche heißen Krypto-Tipps oder so zugespielt werden, dass das nichts ist. Ja, aber gut. Wir beobachten das. Wir beobachten das, werden das auf jeden Fall weiter mitverfolgen und auch entsprechend kommentieren, wenn es was Neues gibt. Aber jetzt kommentieren haben wir erstmal den Nikkei, weil Podcastname bei The Dip, da gab es jetzt den Dip und Lars, der Nikkei, der hat dich ja vor ein paar Wochen noch genervt, jetzt blickst du wahrscheinlich oder möglicherweise etwas positiver drauf, oder? Der Lars will unbedingt ein Finanzprodukt jetzt empfehlen. Ja. Hebel 30, Nikkei. Die Push-Nachricht kommt gleich noch in der WhatsApp-Gruppe. In unserer. Und ich fall wieder drauf rein. Den Nikkei-Coin empfehle ich dir dann. Ich habe den Nikkei nochmal mitgebracht, weil er hat mich geärgert und er ärgert mich immer noch, weil er natürlich trotz der Korrektur in den letzten Tagen immer noch 20% höher steht als gegenüber dem Ausbruchsniveau. Und ich bin im Moment noch unentschlossen. Ich kann sagen, dass ich zu diesem Zeitpunkt Freitagvormittag, da nehmen wir in der Regel auf, keine neue Position eröffnet habe, also auch keine alte. Von daher bin ich nicht drin. Und zwar, weil für mich nicht ganz sicher ist, ich betrachte mir natürlich, wenn ich in etwas gegebenenfalls vielleicht auch Monate drin bin, auch die fundamentale Seite. Also rein charttechnisch, deswegen will ich nicht ausschließen, ich werde auch unten sicherheitshalber unten mit reinschreiben, wenn wir über unsere Werte berichten, werde ich mal sicherheitshalber Nicker reinschreiben. Ich bin es noch nicht, aber wenn der Charttechniker in mir den Kampf gewinnt, dann ist das Niveau jetzt interessant. Nicht mit einem Stopp von 2%, sondern mit einem Stopp von 10% und weiter aufwärts deutlich über 40.000 Punkte. Und noch mal, oft gewinnt bei mir der Charttechniker. Fundamental, muss ich sagen, haben wir jetzt wieder so einen leichten, leichten, in den letzten Tagen sogar stärkeren Fluss rausgesehen aus Japan und Japan-ETFs, zum Teil auch wieder in China, zum Teil in China nahe Werte. Kupfer zum Beispiel ist aufgrund der Erholung in China, obwohl es keine neuen Stimulus-Maßnahmen gab, Kupfer ist deutlich gestiegen, finde ich, sieht sehr interessant aus und das wiederum könnte natürlich den japanischen Aktienmarkt belasten, verbunden mit der Tatsache, dass es so den Anschein hat, dass die Gewerkschaften in Japan so ein bisschen die Aufgabe der Notenbank mit übernehmen beziehungsweise ihr Ziel mit erreichen, denn es gab erstmals sehr, sehr deutlich oder Tarifabschlüsse mit deutlich erhöhten Löhnen und das ist natürlich das, wo die Notenbank sehr lange drauf gewartet hat, dass die, dass letztlich hier diese Preis, also die Inflation mehr oder weniger sich auch in den Löhnen widerspiegelt, ja. Das Problem von Japan war ja nie Inflation, sondern war ja Deflation und deutlich steigende Löhne sorgen dafür, dass letztlich die Inflation wieder auflebt beziehungsweise sind Reaktionen darauf und wenn sich das fortsetzt in einem Industrieland, Toyota glaube ich, das war ein großer Abschluss, dann ist das natürlich schön für die japanische Volkswirtschaft, aber vielleicht nicht unbedingt schön für den Nikkei. Von daher, wenn ihr ein finales Urteil wollt zum Nikkei, dann würde ich sagen, beide Dip. Okay. Ist halt nur die Frage, also wo, weil, also ich habe da jetzt auch mal so drauf geschaut, also die 38-Tage-Linie, die wäre irgendwo bei 35.100, aber wo wäre jetzt ein gutes Chance, dann wäre wahrscheinlich schon ein bisschen zu viel abverkauft, ne? Dann, da wäre der Dip dann schon zu groß wahrscheinlich, oder, Da sprechen wir über die Influencer und jetzt willst du konkrete Marken, also die, also WKN, ne, ich kann dir nicht sagen, ich würde wahrscheinlich in dem Fall in zwei Tranchen, während ich jetzt drauf gucke, sind wir im Future logischerweise bei 38.950 Punkten, das könnte es gewesen sein mit der Korrektur, es kann aber auch sein, dass wir nochmal einen Rücksetzer sehen in Richtung ja zwischen 37, 5 und 38, also wenn dann wahrscheinlich eher in Tranchen und das muss ich auch dazu sagen, das ist nichts für schnelle 5%, sondern das wäre dann wirklich, dieser Trend setzt sich fort bis deutlich über 40.000 Punkte, was nicht passieren kann und das ist so ein bisschen die Problematik, die du angesprochen hast, der Nikkei sollte nicht unter 36.000 Punkte abrutschen und das heißt halt, wir sind natürlich auch ein paar tausend Punkte davon entfernt, aber prozentual sind es keine 10%, also mal ganz pauschal, das ist keine Handelsempfehlung würde ich sagen, hier bis in tiefer versuchen nochmal was zu bekommen, 10, 12% Stop und spekulieren auf die, spekulieren, denn das wäre es, auf die, auf die nächste Rallye. Soll ich jetzt auch noch Aktien nennen oder? Jetzt lass mich in Ruhe. Also Toyota ja mal nicht, gut für die Arbeiter, aber und sicherlich auch alles verdient, na lassen wir das, mit Gewerkschaften haben wir uns ja indirekt schon angelegt, das lassen wir jetzt heute mal. Sebastian war es auf LinkedIn, einfach mal ein Rundumschlag gegen Bus und Bahn und Flugzeuge, das nervt auch ein bisschen, das stimmt schon. Aber sie haben, die Tarifabschlüsse liegen immer noch unter der Inflation in den letzten beiden Jahren, muss man ja fairerweise anmerken. Absolut, ich finde nur, früher hast du so nach Frankreich geguckt und gesagt, na der Franzose, der streikt ja mal, ich glaube die französische Bahn mal fast ein Jahr lang, also aber jetzt ist es wirklich wie ein Lotterieticket, wenn du hier in Deutschland was kaufst, also kommst du mit dem Bus voran, kommst du mit der Bahn voran, kommst du mit dem Flieger, also ich gönne das jedem, aber ich finde, da muss es doch eine Lösung geben, dass man es irgendwie mehr bündeln kann und nicht der eine Streik und dann kommt die nächste und legt das Lahm und dann der, also darum geht es, wir streiken gut, die kleinste Gewerkschaft mit den größten Streiks, ne? Ja, musst du ja, damit du überhaupt ernst genommen werden kannst, klar, also das ist ja die Taktik dahinter, genau. Das ging jetzt sehr schnell vom Nikkei zur Deutschen Bahn. Nikkei, japanische Gewerkschaft zur Deutschen Bahn, genau, das war der Gedankensprung. Ja, finde ich gut und ich würde sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Sebastian, Lars, vielen, vielen Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dann. Danke Richard, danke Richard. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 Vielen Dank.